Aufarbeitung! Frieden! Freiheit! Aufarbeitung! Frieden! Freiheit! Aufarbeitung! Wir sind hier auf der Straße, weil wir die Aufarbeitung der Corona-Krise fordern. Nie wieder Maskenzwang, nie wieder Impfzwang, nie wieder 2G, 3G und sonstige Ausgrenzung Ungeimpfter. Die RKI-Files sind in aller Munde, die RKI-Protokolle, Robert-Koch-Institut. Sie belegen, die Querdenker hatten Recht seit 4 Jahren. Lockdown hatten schwerere Konsequenzen als Covid-19 selbst. Sage nicht wir, sagt das RKI. Die Inzidenzwerte waren nicht geeignet, um eine pandemische Lage zu beschreiben. Sage nicht wir, sagt das RKI. Masken für die Allgemeinbevölkerung waren nie medizinisch sinnvoll. Sage nicht wir, sagt das RKI. Die Influenza ist gefährlicher gewesen als Covid-19 und sollte daher nicht miteinander verglichen werden. Sage nicht wir, sagt das RKI. Lesen Sie selbst RKI-Files, Hashtag RKI-Files auf Twitter. Lesen Sie selber, wie Sie von der Regierung und von der Politik hinters Licht geführt worden sind. Wir sind hier, weil wir die Aufarbeitung der Corona-Pandemie fordern. Nie wieder Maskenzwang, nie wieder Impfzwang, nie wieder 2G, 3G und sonstige Ausgrenzung. Frieden, Freiheit, Aufarbeitung! Frieden, Freiheit, Aufarbeitung! Frieden, Freiheit, Aufarbeitung!